Polizisten durch Tritte gegen Kopf schwer verletzt bei AfD-Parteitag-Einsatz Die Polizei berichtet, dass die Angriffe von vermummten Demonstranten ausgegangen seien, die gezielt auf die Beamten losgegangen seien. Bei den Angriffen seien Tritte gegen den Kopf der Polizisten ausgeführt worden, was zu schweren Verletzungen führte. Die Polizei reagierte umgehend und nahm mehrere Personen fest, die für die Angriffe verantwortlich gemacht wurden. Es wird nun ermittelt, ob es sich bei den Tätern um gezielte Provokateure handelte, die die Demonstration gezielt eskalieren lassen wollten. Der Vorfall wird von Politikern und Polizeigewerkschaften scharf verurteilt. Bundesinnenminister Horst Seehofer fordert eine konsequente Strafverfolgung der Täter und betont, dass Gewalt gegen Polizisten inakzeptabel sei. Der AfD-Parteitag konnte trotz der Zwischenfälle fortgesetzt werden, allerdings unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei appellierte an alle Demonstranten, friedlich zu protestieren und Gewalttäter konsequent zu isolieren und festzunehmen.